. . . . . . . Goen Wind und Schimmern Handbreit, Worte unterm Kiel. Also guten Wind und immer eine Handbreit, Wasser unterm Kiel. Vielleicht ahnen Sie es ja schon. Bei der heutigen Probefahrt dreht sich alles um den Segelsport. Und damit ein herzliches Moin Moin aus Hamburg. Ja, wenn man vom Segeln spricht, dann kommt man derzeit um zwei Ausnahmetalente nicht herum, die Görge-Zwillinge. Und ich freu mich auf eine Probefahrt mit Jule und Lotta Görge. Moin ihr beiden. Lotta, hallo. Hi, Jule. Lotta und Jule, 18 Jahre jung und schon so viel und vor allem auch erfolgreich auf dem Wasser unterwegs gewesen. Ihr seid nicht zufällig auch im Boot geboren, oder? Ne, das nicht. Aber wir sind auf dem Boot groß geworden und haben sehr viel Zeit auf dem Boot verbracht. Welche sind so die größten und schönsten Erfolge, an die ihr euch erinnert? Ähm, das größte Erfolgserlebnis von uns war wahrscheinlich die Qualifikation zur ISAF Newsworlds in der Türkei. Mhm. Da konnte sich nur ein Team aus jeder Nation, egal ob Junge oder Mädchen, qualifizieren. Und das haben wir halt geschafft. Ja, deutsche Meister sind wir auch geworden. Dieses Jahr, ja. Dieses Jahr. Das war auch sehr gut. Nachdem wir ja fast noch gratulieren. Und Vize-Europameister sind wir auch geworden. Was bedeutet euch die Zusammenarbeit mit BMW? Also wir freuen uns erstmal riesig über den Sponsoren BMW, weil der gibt uns einen sehr guten Medien-Background. Wir sind in sehr vielen Artikeln erwähnt worden und das hilft uns natürlich auch zukünftig. Dann natürlich die ganzen Kontakte, die durch BMW geknüpft werden. Und zuallerletzt natürlich unser Auto, der X6, der BMW X6, womit wir mobil sind. Und wie das aussieht, wenn wir gemeinsam auf der Straße unterwegs sind, das schauen wir uns an. Denn wir steigen um vom Segelboot auf den BMW X6. Wenn ihr also schon so fleißig und viel unterwegs seid, habe ich einen Vorschlag. Heute sitzt ihr ganz entspannt hinten und ich steuer das Fahrzeug. Sehr gut. Ja? Dann brauche ich nur noch den Schlüssel. Sehr schön. Dankeschön. Wer von euch beiden, Jule, darf eigentlich hauptsächlich Auto fahren? Das machen wir ziemlich gerecht. Einer fährt immer hin und der andere zurück, damit es immer fair bleibt. Was macht denn besonders viel Spaß an dem BMW X6, Lotta? Der BMW X6 ist natürlich ein großes Auto. Sehr schnell, sportlich, angenehm zu fahren einfach. Ihr habt mit BMW einen sehr starken Partner an der Seite. Warum findest du passt BMW gut in den Segelsport? Das Segeln und das Autofahren hat beides mit Schnelligkeit zu tun, würde ich mal sagen. Die BMW Technologie Efficient Dynamics kann man da sehr gut mit unserem Skiff Segeln vergleichen, da wir mit wenig Kraftaufwand sehr hohe Geschwindigkeiten erreichen können. Am 22. Dezember habt ihr Geburtstag und werdet 19 Jahre alt. Was wünscht ihr euch am meisten? Im Moment wünschen wir uns am meisten, dass wir das Abitur gut meistern werden. Das ist unser kurzfristiger Wunsch. Unser langfristiger Wunsch ist natürlich, dass wir das mit den Olympischen Spielen schaffen und dass wir weiterhin viel Erfolg haben beim Segeln. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017